Hallo und willkommen bei unserer Kick-Off-Veranstaltung des Projekts Transfer Together. Das Projekt ist ein Projekt der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, gemeinsam mit der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH. Und da geht es ganz grob um die Durchführung von Transferaktivitäten der Hochschule, gemeinsam mit Partnern in der Region. Da ist die Basis für Netzwerke, Aufbauen, Ausbauen, Miteinander ins Gespräch kommen. Und aus diesem Grund haben wir die Kick-Off-Veranstaltung genauso gestaltet. In einem Open Space an unterschiedlichen Ständen mit den einzelnen Projektmitarbeiterinnen und Projektmitarbeitern ins Gespräch kommt. Und mit anderen Interessierten sich austauschen kann, vernetzen kann, neue Kontakte knüpfen kann, neue Ideen generieren kann gemeinsam. Und insbesondere auch ein Brötchen essen und Kaffee trinken. Wir haben alles schon eigentlich adressiert, wofür diese Initiative steht. Und ich finde, das adressieren Sie auch mit Ihrem Vorhaben in besonderem Maße. Es geht darum, dass bei der Innovativen Hochschule der Transfer auf der strategischen Ebene auch in den Hochschulen klar verankert werden soll. Es geht aber auch darum, Verantwortung in der Region wahrzunehmen. Wir sind ja ein großes Team aus vielen Leuten mit verschiedenen Fachbereichen und verschiedenen Interessenten an diesem Projekt. Meine Aufgabe ist es, daraus ein großes Team zu stricken, dass wir auch als Team fungieren, dass wir immer wieder kommunizieren, eine Kommunikationsstruktur aufzubauen. Und herausfinden, wie wir gemeinsam in die Zukunft gerichtet arbeiten können. Ich fokussiere mich vor allem darauf, die verschiedenen Akteure, die wir bei uns an der Hochschule haben, dabei zu fördern, Innovationen zu gestalten, beziehungsweise Ausgründungen geschehen zu lassen. Dafür bin ich auch zur Hälfte der Zeit bei den Heidelberg Start-up Partners, die uns ganz stark unterstützen und uns ein großes Netzwerk zur Verfügung stellen. Und wie wird dieser Prozess aussehen? Eine Bildungsinnovation wird entwickelt in der PA Heidelberg und hat Potenzial, beispielsweise für ein Unternehmen. Dann treffen sich beide Partner, konfektionieren die Idee, dass es auch umsetzbar und machbar ist. Dann wird eine Idee, die eigentlich nicht an die Öffentlichkeit gegangen wäre, auf einmal anwendbar für die Gesellschaft. Das ist die Idee, das schafft Mehrwert für Gesellschaft und Hochschule. Meine Aufgaben liegen im Bereich Kommunikations- und Kooperationsmanagement an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg. Ich bin Ansprechpartnerin für alle Fragen innerhalb und von außerhalb der Pädagogischen Hochschule zum Thema Transfer. Ich bin die direkte Sparing-Partnerin auf der Seite der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH. Und wir arbeiten ganz eng zusammen und wir stimmen uns jederzeit ab, um die Kontakte und die Bedarfe aus der Region in die Hochschule zu speisen und aus der Hochschule in die Region. Ein Win-Win für beide Seiten. Und ja, viel Spaß beim Netzwerken, beim Austausch. Ich hoffe, Sie lernen neue Kontakte oder knüpfen neue Kontakte und haben einen sehr produktiven Nachmittag mit uns gemeinsam. Vielen Dank und viel Spaß. Vielen Dank.